Wo ich das Fahrrad gekauft habe, der hat die Lampe rein, aber da kriege ich da auch eine Fehlermeldung im Fahrrad und das bringt es irgendwie überhaupt nicht. Weil mein Fahrrad hat halt immer wieder abgestellt, weißt du, welche Spannungsunterschiede in der Batterie. Weil, naja, wie ich das alte Fahrrad damals genießt habe, der wollte mir auch gleich eins hinmachen, Lupine, und dann habe ich aber gesehen, was das Ding kostet, habe ich gesagt, nee, nee, du lass mich decken, später mal vielleicht. Ja, die war, ich glaube, die alleine mit Dingensen war, also die ist ja beim Motor angeschlossen und die hat auch 450, glaube ich, gekostet. Und der Motor ist, haben die Eltern jetzt auch einen Brose-Motor drin? Nicht. Weil ich weiß, dass der Typ Fahrrad, was die Eltern haben, wird auch der Motor verbaut von Specialized. Ja. Deswegen kann der nämlich was, was du gar nicht erwartest. Du kannst an dem da, nämlich das System von Specialized anschließen mit Bremslicht. Okay. Du hast da unten Stecker, die noch frei sind fürs Rücklicht. Ja. Und es gibt anscheinend hier vorne extra Systeme, wo du anschließen kannst, und dann hast du beim, sobald du wie beim Auto bremst, geht hinten das Bremslicht an. Da habe ich aber mal was gesehen gehabt, gibt es nämlich für das Monkey Link jetzt mittlerweile auch ein neues Rücklicht, inklusive Bremslicht. Aber ich glaube, da ist ein Giesensor drin. Giesensor bringt mir nichts. Giesensor bringt mir im Längenden gar nichts. Dann geht das Bremslicht an und der Hintermann, der kriegt eins an der Birne. Ich weiß nicht, wie zuverlässig oder gut oder schlecht das funktioniert. Ich habe letztens einen vor mir gehabt mit dem Auto. Der hat irgendwie an seinem Fahrradständer einen Wackel auf dem Bremslicht gehabt. Da war der Vater noch, da wirst du langsam aggressiv. Eigentlich könnte man dann noch Lichthube geben, bis er sich aufregt. Und dann könnte es noch sagen, ja, du hast angefangen. Na ja. Wir haben das mal mit dem Passat damals. Der hat doch das automatische Fernlicht, Abblendlicht und alles drum und dran.